Mit Programmieren kann man eigene Ideen verwirklichen, man kann eigene Apps schreiben, man kann scheinbar schwierige Probleme in relativ kurzer Zeit lösen. Aus eigener Erfahrung als Informatikstudent und durch die Erfahrung als Tutor, wissen wir, dass der Einstieg ins Programmieren doch sehr herausfordernd ist. Deswegen freuen wir uns, dass wir bei diesem MOOC mitarbeiten konnten und wir hoffen, dass es dir den Einstieg ins Programmieren erleichtert. Gerade zu Beginn ist es wichtig, dass man viel übt und auch mal selbst was ausprobiert. Und falls mal was nicht auf Anhieb klappt, lass dich einfach nicht entmutigen und probiere es nochmal. Ich wünsche allen Teilnehmern dieses Kurses viel Spaß beim Programmieren und beim Lösen allfälliger Probleme. Und vor allem habt viel Spaß am Programmieren.